UNTERTITELUNG Ich möchte wetten, die suchen uns. Das hier ist unser Gebiet. Weißt du, es wäre schön, wenn du ab und zu auch mal an etwas anderes denken könntest. Wie ist dein Name? Ponyboy Curtis. Sind das nicht diese Greaser, die unsere Frauen aufreißen wollten? Es muss doch irgendwo einen Ort geben ohne Greaser und ohne Socias. Es muss einen Ort geben, wo einfach ganz normale Leute leben. Sei vorsichtig. Die werden dir nichts mehr tun. Versuch, golden zu bleiben, Ponyboy. 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 Ponyboy.